Hallo Leute! Die dritte und letzte Dose der Paldea Partner ist an der Reihe. Diese enthält Bailonda EX als Promokarte. Und ansonsten, ja, man kennt das Spiel, hier steht es nur eine holographische Promokarte, in dem Fall Bailonda, Maskergato EX und Skellover GX hatten wir schon. Vier Booster Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels, wieder mit zweimal Astralglanz, einmal Entwicklung und einmal Obsidian und die Code-Karte. Und von daher aufmachen, aufroppen und gucken, was ist die Promokarte, also wie sieht die Promokarte aus, was ist, das wissen wir schon, wie sieht die aus, was hat die für Werte, was für einen Text etc. tp. Und natürlich, was ist in den Boostern so drinnen. Preislich, ich habe es bereits in den anderen beiden Videos erwähnt, trotzdem hier nochmal 25 Euro ist die UVP, soweit ich weiß. Für 20 Euro hat man es bei den Card Buddies schon bekommen, günstigster Preis auf der Messe. Ich habe 22, glaube ich, rumbezahlt und von daher ganz okay. Okay, haben wir die Bailonda EX-Karte, 320 KP, Nummer 35 von den Promokarten her, mit reißender Tanz für 60 Schadenspunkte. Tausche dieses Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank aus. Wenn du das machst, wechsle das aktive Pokémon deines Gegners auf seine Bank aus. Dein Gegner will das neu aktive Pokémon. Und Spiralschuss für 230 Schaden, nimm zwei an dieses Pokémon angelegte Energien auf deine Hand. Nice. Codekarte, dann wieder auf die Seite und dann nehmen wir die Booster raus. Dann hätten wir Obsidian Flammen mit Dragoran, Entwicklung in Paldea mit Mascagato und nochmal zweimal Astralglanz hier. Und wie immer starten wir auch direkt mit Astralglanz ins Rennen. Hat er bis jetzt in den anderen beiden Videos hat Astralglanz immer gegönnt. Gucken, ob sich das sofort fortsetzt, fortsetzt, fortsetzt natürlich meine ich, nicht fortzieht. Diesmal weiß ich, die Code-Karte ist so und wir könnten uns spoilern. Das heißt, ich ziehe sie jetzt hier vorsichtig raus, ohne zu spoilern. Eins, zwei, drei, vier. Hat nur zwei Videos gedauert, um es zu lernen, aber gut. Ich sage Wasserenergie. Ne, Stahl. Honig. Tirpaise. Scharfes Gewürzkurry. Bautz. Der Hisui Baldorfisch. Ein Otaro. Hut, Hut. Gladiantri. Dann haben wir ein Teddy Ursa auf dem Reverse Slot und die Rare-Karte ist ein Ursa Luna. Schade. Also, das müsste eine weiße Code-Karte gewesen sein, liebe Leute. Jawohl, es war eine weiße Code-Karte. Gut. Nächstes Astralglanz-Booster. Second Pack Magic, bitte. Code-Karte geht hier, wenn wir es dann mal irgendwie aufkriegen, das rausziehen kann, Razzifazzi auf die Seite. Eins, zwei, drei, vier Karten. Und diesmal nehmen wir Elektro. Oh, Feuer. Entoron. Lino Trainerkarte. Ein Hisui-Elektroball. Hisui-Sniebel. Traumfugil. Schmerbe. Sichlor. Evoli. Dann haben wir, jawohl, ein Drapfel als Full Art hier aus der Trainer Gallery. Sehr, sehr coole Karte. 80 Kp. Entwickeln sie aus Knapfel. Haben sogar ein Doppel-Hit und ein Hisui-Muriador. Ein Einverräten. Da das ein Hit auf dem Reverse-Lot war, müsste die Code-Karte auch weiß sein. Genau. Zwei weiße Code-Karten aus Astralglanz. Schade. Aber gut. Wenn der Hit trotzdem auf dem Reverse-Lot ist, ist es in Ordnung. So, jetzt Entwicklung in Paldea. Maskagato EX. Was Entwicklung in Paldea bekommen wir heute folgende Karten. Hoffentlich ein Hit. Rotkarte hier auf die Seite. Energiekarte nach vorne. Und ich sage Pflanzen-Energie. Na, jetzt haben wir Elektro. Dachtiri. Voltoball. Klabel. Dumiesel. Die Lieferdrohne. Fariira. Spinsidias. Dann haben wir die Therapie-Energie als Reverse auf dem ersten Reverse-Slot. Der zweite Reverse-Slot. Ein Bummels einfach nur. Und die Rare-Karte ist... nach ein Espinodon. Also, nein. Entwicklung in Paldea. Gönnt einfach nicht diesmal. Und was sagt dann Obsidian-Flammen dazu? Kann Obsidian-Flammen das Ganze hier noch rausreißen? Kriegen wir einen zweiten Hit aus dem vierten Booster dann insgesamt? Die Code-Karte auf die Seite. Energie nach vorne. Und ich sage... Finsternis. Jetzt kommt Pflanzen-Energie. Toll. Froberl. Gut. Zwei. Wulpix. Paragoni. Paldea-Felino. Gladimperio. Fragrunz. Ermutigender Brief. Dann haben wir einen Blip auf dem ersten Reverse-Slot. Und jetzt kommt zweiter Reverse-Slot. Bitte, bitte Hit. Nö. Ein Ferguli auf dem zweiten Reverse-Slot. Aber die Rare-Karte. Jetzt kommt eine X-Karte wenigstens. Kann doch nicht sein. Ein Dark-Rai. Oh Mann, oh Mann. Also, es ist wie der Astral-Gelanz, was gönnt. Und der Karmel-Slot-Pulpo-Zyklus gönnt leider gar nicht. Schade. Das wundert mich so ein bisschen. War bis jetzt meine Erfahrung echt eine andere. Wie immer seid ihr gefragt? Schreibt mir in die Kommentare. Was hattet ihr denn so in eurer Tin-Box drin, wenn ihr euch die gekauft habt? Habt ihr euch auch alle drei Starter gekauft? Also die Weiterentwicklung? Oder habt ihr euren Lieblings-Starter genommen? Wenn ja, was ist denn euer Lieblings-Starter? Würde mich mal interessieren. Auch wenn ihr alle drei gekauft habt, schreibt mir gerne mal rein, was ihr Lieblings-Starter ist. Was hattet ihr für Hits drin? Was hattet ihr von meinen Hits? All das gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren. Ansonsten, wie immer, danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.